Guten Morgen meine Freunde, grüßt euch. Wir sind natürlich zurück in Berlin. Es ist jetzt Tag 4, es ist 10 Uhr. Wir sind natürlich noch bei Case King, haben aber alles eingeladen jetzt für die DreamMack 2019 in Leipzig und starten natürlich jetzt durch und fahren hin. So, ne kurze Pause. Jeder weiß wie es läuft. Viertel nach zwölf. Erstmal ne Kleinigkeit essen gehen. Wir sind auf dem Rasthof. Haben noch 40 Kilometer bis zur DreamMack. Also erst noch was reinschieben. Just-in-Time-Modus. Da sind wir. Hoffentlich versteht wie Leipziger. Ja. Heute kommen wir mit Messer, also praktisch bei Messer. Das ist einfach, dass wir da jetzt gleich wieder Anschiss kriegen. Wenn wir heute verbotzen sind nicht mehr. Dann werden wir mit Messer. Messer kommen wir hier. Gut. Gut. Ohja. Es war's. Kleiner auf jeden Fall. Ich bin nicht. 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 Da haben wir angefangen. Die haben mich gefragt. Beim Anmeldung habe ich die Preise eingegeben. Achso ist der auch eingeben. Wir haben mir gedacht, der ist kurzfristig mitgekommen. Ach ne, der geht woanders. Da wird sich ja gar nicht ausgepackt. Achso. Wenn Platz hier ist, dann packe ich es aus. Ansonsten das ist es nur für die Interview. Von Max.TV oder so. So. wir haben es gewünscht Spargas ist in der Hau Enemies beware Das Mitträder ist auch schwer Ohne Räder ist es schwer, aber Mitträder ist auch schwer Links ist, wo der Daumen rechts ist, habe ich gehört Wenn ich wusste nur, wo der Daumen rechts ist, war der Rest von links Genau, ich gehe aufs Klo How interesting Aber ich gehe alleine aufs Klo Ich will nicht jemanden glücklich machen Auf Wiedersehen Ach du hier, so super Erleichtert Wir müssen gucken, ob alles drin ist Otherwise, wir gehen ins Auto Und dann Jetzt bauen wir alles auf Wir müssen gucken, ob die Tische Spargas überhaupt aushalten Vom Gewicht her Muscle, Stil und Sex Peel Oh, ich glaube, ich hatte alles drin Oh ja Ich gehe ihm hin Ich gehe nicht aus Ich gehe nicht aus So, jetzt sind wir da, jetzt muss ich mich natürlich bei DCMM anmelden. Hallo Ali, ja, ich habe hier ein paar Mods dabei, ich würde mich gerne anmelden. Wie kann man sich qualifizieren? Ja, ja, das ist so klar. Natürlich ist einfach ein Messer und alles ist okay. Okay, super, jetzt bin ich klar, mein Leben hat einen Sinn wieder. Kann es sein, dass ich mich irgendwo herkenne? Vielleicht, ich habe schon überall gearbeitet. Das habe ich schon gesehen, ja. Okay, vielen Dank. Ich habe jetzt eine andere Seite gemacht, oder? Ja, oder ist das egal? Ja, das ist egal. So leicht. Oh, schlauer werden. Dann wollte ich mich überbrauchen. Du hast nur 4 Sekunden Verzögerung mehr oder weniger. Puh, und jetzt. Ich gebe alles. Rollt es schon? Nee. Nee. Ich hoffe, das Auge ist gerollt. Nee, das Auge lag da eben schon. Ach so. Ja. 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 Ich bin mal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020